Aber geil! Echt geil! Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ihr seht, es ist frisch. Und jetzt hören wir uns mal an, wo es hingeht. Mach dabei! Mach dabei! Jetzt geht's auf. Ich schau her. Sinn an mir heute ist, dass wir mit dem E-Bike durchs Skigebiet fahren. Die Pisten haben wir noch offen. Die sind schon präpariert, aber die Gondeln noch zu. Und jetzt haben wir mal gesagt, machen wir ein bisschen so ein Off-Pisteln, An-Pisteln mit E-Bikes. Und schauen mal die Qualität dafür. Ja, noch kräft es mal im Schatten rum. Aber hoffen wir, dass wir die Sonne bald erreichen. Wie schaut es aus? Wann kommt sie? Gewaltig. Gewaltig. Aber die sunken? Ja. Morgen? Morgen. Es ist spät. Sonne haben wir immer noch nicht, aber dafür Schnee. Boah, ist so steil! Ja, aber wir sind auf der Piste mittlerweile und da geht es schon um einiges besser jetzt. Jetzt, jetzt haben wir sie erreicht, die Sonne auf 1500 Höhenmeter. Hat echt wieder ein bisschen gedauert, aber gut, ist im Winter halt oft so. Das sieht jetzt echt traumhaft aus. So geil, wie die Sonne hier rein leuchtet. Aber wie die Vicky vorher schon gemeint hat, das ist ein kleines Minenfeld. Und da taucht man einfach rein und dann wird es schwierig. So, kaum haben wir die Sonne erreicht, schon wird gegessen. Riegelpause. Wie ihr jetzt gegessen und sie? Prost! Na sauber. Hier rauscht überall der Bach. Ist aber reiner Zufall. Hier ist echt viel Wasser. Ja, das ist mega. Aber man sieht auch, dass es so richtig glänzt. Der ist einfach eisig, aber gut zu fahren. Hier ist jetzt leider so mäutig vom Radrack. Jetzt müssen wir es mal schieben. Aber passt eh, weil sonst hätte der Akku wahrscheinlich eh nicht gereicht. Die haben nicht gestritten, aber jeder denkt, er findet den besseren Weg. So läuft es immer bei uns. Und er findet jetzt den besseren Weg, er wird wahrscheinlich nicht rausfinden. Schreibt mal was in die Kommentare dazu. Jetzt geschafft, oben sind wir. Oh, da ist sogar Musik. Da ist ja auch schon da. Ja. Schon geil. Oder Bombe. Juhu, oben sind wir. Schau geil. Da wird schon gejaus, nicht? Ja. Solche Kameradenschweinchen. Musi haben sie auch schweigen gehalten. Stimmt. Musi kann sich auch. Zwei Bier, gell? Passt. Servus. Aber Heidi ist nichts los. Und zwei Arten schon wohlbitte, gell? Ja, wenn schon. Ja. Erst hier und dann die anderen. Ja. Ja. Egal, das Panorama. Nein. Aber jetzt gibt es auch bei uns die Augen. Gutes. Was gibt es da drüben eigentlich? Nur gute Sachen. Nur gute Sachen. Käse? Aufstrich, Pasteten, Käse. Ja. Was? Brot. Käsewurst, Buffet. Wollen wir mal einen Käse schmalt? Okay. Musik I've been waiting for a long time So I need to make you mine Think I want you in my bloodline I feel shivers down my spine I've been waiting for a long time So I need to make you mine I want you in my bloodline In my bloodline The sun is rising But I don't want to stop I can never get enough Cause you bring out all the best in me You're the one who holds the key Like a fire burning wild In my heart Take me far away In the dark Only you can show me how to come alive I feel shivers down my spine I've been waiting for a long time So I need you to make you mine Think I want you in my bloodline I feel shivers down my spine I've been waiting for a long time I've been waiting for a long time So I need to make you mine Think I want you in my bloodline Think I want you in my bloodline In my bloodline Keep that in my bloodline Think I want you in my bloodline the air You can help you out the air If you're there He's a lot of curiosity My bloodline The air Pulled from the air You just tote it Think I want you in fiveân You saw me Think I don't know You're getting your bloodline I know I've been an понять Untertitelung des ZDF, 2020 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 There's no one away So we don't fall apart We don't fall away Try another day So we don't fall apart Let me stay for a while Look into my eyes Is something right? Can we do this once again? You've already left town And I don't believe in fairy tales But hey, I am here to stay There's no other way So we don't fall apart Give your heart away Try another day So we don't fall apart Let's go We've got some heat in there We have to go Ich habe einen großen Rennen, aber auch ein bisschen. Ich habe einen großen Rennen. Ich habe einen großen Rennen. Ich habe einen großen Rennen. Ja, das ist gut. Ja, da. Ja. Ja, was geht hier? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist mittelschwer. Das ist rot. Also für normale Bikes mittelschwer. Je besser das Bike, desto leichter wird es. Spaß beiseite. Bitte holt euch an die Schügel. Wir haben jetzt auch einen Umweg gemacht. Wir nehmen uns da recht ernst. Und genau durch sowas, wenn wir durchfahren, wird es immer mehr Stress geben. Also wir sind wirklich drauf jetzt da gefahren. Nadina, Schwän, Kumme. Dorfelswerk, Asphalt haben wir gemacht. Ja, in der Stadt. Also dran halten. Pitterool. Also halte ich an die Regeln für nicht Engländer. So, wir sind gut zurück. Was ist da jetzt los? Hallo, wir sind gut zurück. Ich bin Bart da. Wir sind gut zurück, ja. Ja. Schön, wa? Du, ist auch hier gut zurück? Ja, schau mal. Jetzt bist du da zurück. Ich bin auch gut zurück. Ich hoffe, Essen in der Bildschirm sei auch gut zurück. Weil es wird wahrscheinlich dazwischen mal was essen und mal im WC und so. Ich habe recht langweilig die Video. Nein, uns hat es gefallen. Ich hoffe, dass es auch. Mir ist das Oma. Jetzt hast du dich da umgetragen. Genau. Ich hoffe, dass es nicht mehr. Und wahrscheinlich bis zum nächsten Mal. Das Jahr hat noch ein paar Tage. Und die werden wir noch ausnutzen. Außer es entspannt ihr es komplett rein. Das ist auch was. Dann kriegst du alte Video. Heute geht der Blockbuster online. Das geht nicht so. Blockbuster sind die Sommer-Blockbuster. Die Winter-Blockbuster. Nein, von Kroatien und so. Eure Videos noch. Genau. Die kommen jetzt alle im Januar. Das ist schon gedatet. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tanana 2 Vielen Dank.